Als Klaktonin bezeichnet man eine altsteinzeitliche Silex-Industrie, die zeitlich mit der Holstein-Warmzeit und dem Übergang zur nachfolgenden Saale-Kaltzeit zu verbinden ist. Der Name wurde durch den britischen Archäologen Hessel De Noren geprägt, der seit 1911 in Kiesgruben nahe dem südenglischen Klaktononzi in Essex zehntausende von Steingeräten fand. Verbreitung Eine Häufung von Klaktonin-Fundplätzen wurde zunächst in Schotterkörpern beiderseits des heutigen Ärmelkanals gesehen, der zu dieser Zeit noch nicht existierte. In Mitteldeutschland gab es mit den Kiesgruben von Wallendorf grübzig und wirbzig einige Fundstellen, für die von klaktonoiden Abschlagindustrien gesprochen wurde. Charakteristik Hauptcharakteristikum des Klaktoniens ist die Dominanz von großformatigen Abschlägen sowie unifaziell retuschierten Schabern. Auf der anderen Seite das Fehlen von Faustkeilen und anderen bifaziell überarbeiteten Typen sowie das Fehlen von Leverleus-Technik-Grundformen. Die für die Abschlagherstellung postulierte Amboss-Technik der Kern wird nicht mit einem Schlagstein zerlegt, sondern auf einen Amboss aufgeschlagen, gilt dabei ebenfalls als forschungsgeschichtliche Fehlinterpretation. Diese technische Interpretation wurde von den oft großen, glatten Schlagflächenresten der Grundformen abgeleitet, die mit mehreren Schlaghaugen versehen waren. Hier besteht jedoch eine Grauzone zu Geofakten, die durch natürliche Bestoßung von Grobschottern entstehen und ähnliche Merkmale aufweisen können. Das Klaktonien wird heute nicht mehr als eigenständige Kultur angesehen, sondern lediglich als eine technisch relativ primitive Fazias-Ausprägung innerhalb des Achelin. Grund der endgültigen Relativierung waren vor allem die wesentlich älteren Faustkeilfunde vom südtengischen Fundplatz Boxgrovequery. Zuvor hatte bereits Nick Ishton auf die Gleichzeitigkeit von Achelin und Klakton Grundformen im von ihm ausgegrabenen Fundplatz Banem aufmerksam gemacht.